Das kriegen wir schon hin. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist... So hier. Dann so. So. Da kommt... Ähm... Das könnte auch noch was anderes sein. Darum aussehen. Ne, warte. Das machen wir anders. Das machen wir. Jetzt wird es eindeutig. Komm, das ist doch... Das war doch ein Custom-Wort, ey. Oder Scheiß? Ja, das war ein Custom-Wort. Hier, wie jetzt wird es eindeutig. Na komm, lass mich noch zu Ende malen. Okay, es geht um das und nicht um... Es geht um das Gesamte, um das alles insgesamt. Am besten ist zu Ende malen, was man wusste, bei weniger Punkte. Na? Ist doch eigentlich jetzt klar. Hätt's mir nur raten können. Und mit zu Ende malen, am besten ist, was uns geht bei weniger Punkte, warum es ganz erregt. Hm. Vier Buchstaben schon wieder. Äh... Das ist doch der Typ aus dem Film. Das ist der... Der Roboter, der... Wie ist der? Ich war mir noch unsicher. Ich finde das gerade voll süß, eigentlich. Was zum Henker ist das? Ich nehme mich doch mal zurück und esse ein paar Chips. Das war... Also... Also... Zum Henker. Ich sag schon mal, ich sag schon mal, das waren wir alle mal. Ja, gut. Ähm... Eher nicht so. Oh Gott, die Hautfarbe von dem Baby, Alter. Und ja, ein bisschen... Das wurde gerade irgendwie... Es war eine Frühgeburt. Alter. Das war ja noch schlimmer, als es meint es gerade. Ja. Es wurde erwirkt. Nein, es war eine Frühgeburt. Es war ja noch viel schlimmer, es war eine Aussage. Ja, ich hab halt einen bitteren Humor. Bitter schwarzen Humor. Ich würde dir gerne sagen, mein Humor ist so schwarz wie mein Kaffee, aber das stimmt nicht. Ich trinke meinen Kaffee mit Zucker und Milch. Mit viel zu viel Zucker und viel zu viel Milch. Mein Humor ist so schwarz wie den Leuten, die die Baumwolle sammeln. Ja. Oder das. Mein Humor ist so schwarz wie der, der mir den Kaffee zubereitet. Verstehe ich, glaube ich, nicht ganz. Hey, Jo. Ah, okay. Ich hab's. Die Leute werden mich hassen für meine Witze. Ja. Ich hab's. Ich hab's auch. Das ist doch gut hier zeichnet. Der Justin. Oh, ich führe gerade. Was denn ist das? Das hier will ich nicht. Nehmen wir einfach das. Aha. Was ist das denn? Zeichnet uns doch mal. Eine Leiterbahn. Eine Ahnung. Leiter Wagen? Leiter Bahn? Oder? Ich weiß es nicht. Hätte ja sein können, dass er es doch ausgewählt hat. Leiter Bahn. Nee. Hätte ja passen können. Es war Krankenhaus doch schon fast richtig. R, I, W. Ah. Ja gut, vielen Dank. Da kann ich das jetzt auch nicht mehr zeichnen. Kann man. Mit dem U. Mit dem U ist es jetzt eigentlich fast eindeutig. Nee, ich komm nicht drauf. Na, was ist Rewe? Einkaufsladen. Anderes Wort dafür. Anderes Wort für Einkaufsladen. Es gibt natürlich auch noch Aldi, Netto, Kaufland. Muss man ja alles noch nennen. Oder Erika mit der Werbung. Ja, Willi im Lebensmittel, ne? Oh, Mann. Da kommt er nicht drauf. Das war so leicht. Ja, das war... Ja, sei zu leicht. Oh, ich bin dran. Ich bin dran. Das hatten wir schon mal. Das nächste Mal nehme ich einfach Leiter Bahn. Ich hab's da schon hingeschrieben gehabt. Also, ich hätte den Punkt bekommen. Kann ich das irgendwie... Kann ich was anderes nehmen? Nein. Eh, leider nicht. Ich will das vierte Wort. Ach, jetzt hat's für mich gechoost. Wie soll ich das denn malen? Ich hab keine Ahnung, wie man sowas malt. Was ist das? So, und dann vielleicht... Also, meine Gedanken hätten jetzt nur Oscar verdient. Ohne Scheiß. Ja. Was soll das sein? Ich hab's recht ein bisschen... Ich weiß es auch nicht. Ich hab's recht ein bisschen unnünstig gemalt, aber... Ja. Wie zeichnet man das denn? D? Jetzt ist ein... Da sind dann noch so... Das ist, ja... Ein ziemlich ulkiges Ding. Okay, dann ist es doch... Das sieht wirklich sehr ulkig aus. So, das kann man dann hier... Das kann man ganz... Auch so hier noch weiter malen. Hm? D? Was soll das sein? Ich verrat's euch nicht. So, da kommt dann hier noch was. Hier kommt's noch. Ja, ist... Was soll das? Ich weiß nicht, was soll das sein? Ich kann's auch nicht besser meinen. Oh mein Gott. Er sieht doch komplett ab. So aus. Glaub ich. Ja, ja... Irgend... Ungefähr so muss das aussehen. Tunisack. Wie sieht ein Tunisack aus? Ich verschenke jetzt Punkte. Ja. Ich verschenke jetzt Punkte. Verschenkens Punkte, okay? Was? Mit drei... Mit drei Buchstaben? Äääääää... Passt nicht rein. Okay, wir nicht. Kaffee trinke... Das ist... Was? Ääääh... Kakao trinke... Es gibt auch... Hm, die trinke... Dann mal doch Tee und nicht ein braun. Tee ist nicht braun. Mal was grünes hin oder was... Mal in eine Tasse was grünes. Dann weiß ich, das ist Weltmeister-Tee. Weltmeister-Tee? Oder... Was frisst du denn für Tee? Oder... Wie heißt das? Ich trinke keinen Tee. Ich weiß nicht, wie sie... Also es ist... Tee gibt es doch. Ich trinke manchmal Tee, aber... Eher selten. Mhm. Eine gelbe Figur. Ääääh... Ohne Kommentar. Ein geschreddertes Hühnchen. Ääääh... Was mit Ehe der Mütter? Ich pffte ins Mikrofon. Ist das... Das ist... Ach, oh... Okay, ich weiß, was es... Ich weiß, was es ist, aber... Wie hießen die? Das ist doch aus dieser Serie, dieses... Das ist ja... Scheiße... Lonely Toons oder sowas... Lonely Toons... Das ist... Scheiße... Es ist ewig, ja, dass ich das mal geguckt habe. Ja, bei mir auch. Wo ist die? Wie... Was war das? Wie hieß das? Was zum Geier... Also ich... Wusste mal, wie die heißt. Tweety. Oh Gott. Ja, das ist... Das ist Jahrhunderte... Ja, durch das das letzte Mal geguckt habe. Bei mir auch. Das ist... Tweety. Ja, so hieß die. Aber da kommt man nicht drauf. Nee, also nach den ganzen Jahren nicht mehr. Das sind gefühlt 100 Jahre her. Das ist doch viel zu wenig. Das sind bestimmt so gefühlt 1000 Jahre her. Oder gleich ein Lichtjahr. Eigentlich ist Lichtjahr ja eine Distanzangabe, also. Ja. Hm. Was? Jo. Hä? Ach so. Die Geri. Wo wir schon meine Serienfiguren sind. Ich war erst mal bei Rennwagen, dann bei X-Froiler. Wäsch? Rennwagen und X-Froiler? Warum kriege ich immer so blöde Wörter hier? Na, als du nur das Gelbe gemalt hast, mit dem... Okay, das kriege ich hin. Da könnte man auch erst mal auf Rennwagen kommen. Das ist so ein bisschen Rennwagen. Nein, da hätte nur noch die Reifung gefehlt eigentlich. So. Der guckt so. Äh. Das ist eigentlich relativ gut gezeichnet. Kriegt da hier mal ein Schluck auf? So. Der andere steht dann dort. Und... Bam. Ja. Was macht denn der gerade? Was macht denn der? Komm, weiter, weiter, weiter. Ja. Da mach wenigstens eine Faust hin. Moment. Ja. Punch. Das sagt alles. Ja. BAM. In your face. Du wirst dich nicht einhören. Du wirst dich nicht einhören. Ich glaube, mehr weniger. Cochock ist choosing a word. Runde 5 von 5. Dann auch nochmal Schluss. Es ist schon 57. Letzte Runde. Nein. Wartig gemacht. Wartig gemacht. So. Ich mach jetzt einfach, ich mach jetzt einfach, ich mach jetzt einfach. Und was zum... Ja. Okay. Wir wollen hier ja auch noch ein Unheitswettbewerb gewinnen. Doch, wenn wir. Am Ende wird es der gekürzt, der dir... Ich bin noch vorgestellt, aber... Ach, nein. Zack, 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 zack. Ach dat. Hier eine kleine Nadel. Was zum Hänker? Ich hab für den Nadel bestimmt zu viel verraten. Scheiße, wie wird das geschrieben? Wie wird das geschrieben? Ja, ich hab nur geraten. Was zum Hänker? Ähm. Wie wird das geschehen, verdammter Hacke? Er sagt immer nur, close, 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 close. Oh, D, in der Mitte. Was zum Hänker? Was zum Hänker? Was zum Hänker? Ähm. Moment, du kommst nicht mal auf das Wort. Nini, versuch mal mit zweimal O. Ah! Aha! Ich hatte nur ein Push-Up zu wenig. Entschuldigung! Und woher auf mich zu erschrecken ist? Ja, wie wird es denn geschrieben? Ja, komm. Ich hatte es doch. Ich will immer noch. Ich will immer noch. Nein, nein. Nini, nein, das ist schon sehen geworden. Ja, ich hab' ich geschafft. Komm, der will ich gewinnen. Ähm. Äh, du. Ja! Was zum... Ah. Ich hab' einfach geraten. Ach so, ich bin so blau. Jo. Alles ist drauf gekommen, also komm. So, die letzten Sachen, die wir gemacht haben. Ich hab' schon wieder solche Wörter. Keine Ahnung, sondern... Oh mein Gott, okay. So, Modi malz zum letzten Mal. Ähm, Kouchok, man hört's dich kaum. Also bei mir hört man dich kaum. Ich... Ich war das gar nicht. Aber okay. Oh, dann war das Modi. Modi, du verhältst. Nein, das war auch nicht ich. Das war bei Nini. Da hat auch wer geredet, äh... Irgendwas im Hintergrund hat man ja sehr schlecht gehört. Das ist ein... Na, hätte ja sein können. Hat Takeru schon vorhin so schön gemalt. Oh. Wir haben übrigens 20 Uhr. Ich hab' den Wecker gestellt gehabt. Jo. Wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Ähm. Was zum Henker? Was? Äh, nettes. Was? Man fährt durch und das Auto wird sauber. Fest zum Geier. Ja. Ja, ist ne Waschanlage. Ähm. Anderes Wort dafür. Wo fällt das Auto normalerweise drauf? Ich komm' echt nicht drauf. Garten. Was? Straße. Oh Mann. Nee, das... Kommt man nicht drauf. Coach Hockey gewinnt. Oh hey, zweiter. Erster. Erster. Und ich bin letzter. Oh. Naja, ähm. Waren jetzt dieses Mal nicht so ganz viele Leute. Äh, äh. Doch, es waren viele Leute. Es waren nicht ganz so viele lustige, äh, lustige... Ich kann nicht mehr reden. Das sagt jetzt nichts falsch. Das sagt jetzt nicht... Also, das sagt jetzt nicht lustige Leute. Ich wollte sagen, es waren nicht so lustige, es sind nur so lustige Begriffe heute drin. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, ein bisschen... Naja, der Anführer war schon sehr gut. Ja, und die Ziege, die habe ich auch sehr gut gemalt. Ja, aber die Ziege. Die Ziege. Dafür werden mich die Leute hassen. Das Video darf ich nie veröffentlichen. Hallo. Das ist ein Anführer. Das ist ein Anführer. Ja, ähm. Dann würde ich mal sagen, es ist 20.01 Uhr. Dann beende ich diese Aufnahme an dieser Stelle. Ja, dann sage ich mal Tschüss an alle. Darf ich noch umsatzlich gefallen haben? Lasst ein Amo da, wenn ihr seid und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schaut bei den anderen Dreien vorbei. Bei den anderen Vieren. Tagiro war auch mit dabei. Der war ganz kurz mit dabei. Der war auch mit dabei. Sind alle natürlich ganz, ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten 4.5. Video wieder. Oder bei einem anderen Video auf meinem Kanal oder auf den Kanälen von den anderen. Ja. Haut da runter. Gut, dann würde ich sagen. Ciao, ciao. War eine schöne Aufnahme mit euch. Ich habe, glaube ich, noch nie eine so langweilige Abmoderation gehört. Dankeschön. Das ist meine typische Abmoderation. So mache ich das immer. Okay, da musst du noch was lernen. Da musst du noch was lernen. Ach, ihr Säcke. Das kriegt ihr schon hin. Ihr seid doch blöd. Ich verabschiede mich hiermit. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö. 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 Na 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 na